Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TokiTori. So. Und das hier hatte ich ja das letzte Mal nicht richtig hinbekommen. Und ich habe auch schon wieder gerade vergessen was. Ich hatte einen falschen Teleport genutzt. Wie war der? Welcher war das? Warum war der falsch? Ach nee, hier hoch. Der ist aber also nicht falsch. Hm. Ja. Dann ist der doch nicht falsch gewesen. Hm. Aber wie machen wir das jetzt? Ja, ich müsste mich einmal da hochpoppen. Jetzt hier hoch und dann wieder da hoch. Das ist etwas blöd. Oder ich hätte mich vorn runterpoppen müssen. Den dann gleich ein-eisen. Obwohl, nee, der hätte mich sofort erwischt. So, und jetzt? Super. Toll, oder? Schnell koch. Sammel 100 Eier ein ist das, glaube ich. Stand hier unten gerade. Habt ihr bestimmt nicht gesehen. Errungenschaft auf... ...Steam. So, hier hoch müsste ich jetzt dann dort hoch und dann wieder runter. Wenn ich dort hochgehe, direkt die Brücke baue. Und das hole und dann wieder zurück. Aber dann kriege ich das Ei hier nicht. Dann kriege ich die anderen alle, aber das Ei hier nicht. Das ist doch... Ich sehe gerade wirklich des Rätsels Lösung nicht. Wenn ich mir jetzt gleich das hier hole, dann muss ich ja hier wieder zurück. Kann mir dann aber das holen, kann mir das holen, kann mir das holen. Damit habe ich aber das hier nicht. Ich kann mich nicht hier so durchpoppen, weil die Schicht ist zu dick. Das sind zwei so eine Schicht. Ich kann mich nur durch eine so eine dünne Schicht hier poppen, aber nicht durch zwei. So. Was macht er denn da? Er studiert irgendeinen Plan. Ja, da gibt es auch so ein Bild. Ja, ihm ist langweilig wahrscheinlich. Aber die Brücken sind bestimmt für das da und für das da. Die Brücke kann ich hier denke ich mal schon mal bauen. Und hier muss ich mich auch irgendwie hoch torten. Anders kriege ich das ja gar nicht. Aber hier seht ihr, weil es zu hoch ist. Da komme ich nicht hin. So, also jetzt würde ich... Jetzt bekomme ich ein Ei mindestens nicht. Entweder das da nicht oder das da nicht. Weil wenn ich mir jetzt... Wenn ich jetzt hier runter gehe, ne? Und bis da ja und dann hier rüber, dann kann ich mich von... Kann ich... Komme ich nicht zurück auf den Eisblock. Und von hier kann ich mich auch nicht hoch torten. Ist da was? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn ich jetzt hier runter falle... Und den da so, dass der uns dann gleich weg... Weg schnabuliert. Aber hier kommen wir nicht mal runter gerade. Dass ich vielleicht noch ein bisschen... Nur hier... Ja, sofort habe ich es doch gewusst. Sodass wir sonst hätten ihn ein bisschen hierher kommen lassen. Und dass wir dann uns hätten rüber porten können. Sodass wir dann da hoch und so... Bis da. Hm. Ich mache einfach mal einen Rundversuch. Und wir sind aber auch nicht schneller als der dort unten. Denke ich mal. Halt, Moment. Halt, Moment. Boah. Oh. Okay. Aha. Mal gucken, ob uns das weiterhilft. Jetzt kommen wir aber an diesem blöden Ding nicht vorbei. Jetzt kommen wir hier nicht hoch und... Jetzt ist es noch beschissener als zuvor. Obwohl, nee. Wie geht das? Wir hätten ihn irgendwie vorher aufhalten müssen. Bevor er hier... Aber das schafft man nicht. Der ist ja hier irgendwie. Hätte er auch neu machen können. Moment. Der ist dort, bevor wir runter sind. Weil... Irgendwie... Warum ist der schneller als wir? Ach, weil... Ah, okay. Ja, schneller kriege ich es nicht hin. Ich verstehe das gerade nicht. Obwohl, da könnte ich mich jetzt runter und wieder hochpauchen. Na toll, aber dann sitzt sie auf dem... Nur auf dem Dings drauf. Man kann die Brücken aber zu... Das war doch gerade für... Ne, man kann die Brücken nicht wieder mitnehmen, die man einmal gesetzt hat. Was natürlich auch schade ist. Ne, ich sehe hier gerade gar keine Möglichkeit weiter zu kommen. Es fehlt immer irgendein Ei. Und jetzt fehlt mir der Teleport hier rüber. Wisst ihr was? Ich nutze jetzt mal den Joker. Damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Du hast den Joker benutzt. Ja, das kennen wir schon. So, und jetzt nochmal das... Zweite Bonus-Level. Ich weiß nicht mal, ob ich den Joker hätte nutzen müssen. Weil ich nicht weiß, ob wir ihn nicht auch ohne Joker hätten an sich in das nächste Gebiet gekonnt. Oh je. So, da oben kommen wir gleich. Wir haben eine Brücke, zwei Teleporter und unendlich viele... Weißdinger. Toll. Mitten in der... Also irgendwo hier in der Mitte. Dort müssen wir rüber. Dort oben hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da so hin. Aber wenn wir hier drüben wären, könnten wir hier so runter und dann da hin und dann da wieder hoch. Die Frage ist nur... Doch, wir haben zwei Teleports. Ich probier's mal. Wir haben nämlich nur eine Brücke. Ja, ich bin nicht die Beste, was solche Rätsel angeht. Aber ich find das Spiel einfach toll irgendwie. Jetzt sind hier schon wieder so eine zwei Dinger. Aber wir können... Ah, wir können hier hin. Das ist natürlich super. Oh, hier geht's sogar noch weiter. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel ab. Oder wir könnten uns porten. Ach, und dann dort drüben hinkommen. Moment. Ein Porter haben wir ja noch. So. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Och, und weiter geht er nicht. Nein. Warum? Warum? Oder dann dorthin. Und dann dort drüber porten. Vielleicht geht das. Müsste ja gehen. Ist dünn genug eigentlich. Na dann. Jawohl. So, dann machen wir das mal und holen uns die beiden Eier. So, das hätten wir dann geschafft. Aber das davor erklärt sich mir immer noch nicht. Wunderbar. Also, falls ihr da eine Idee habt für Level 11, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich sehe gerade wahrscheinlich dasselbe wie ihr hier einfach nur etwas Bild und oben schwarzer Rand, oben schwarzer Rand. Das ist denn jetzt nichts weiter, was ich machen könnte. Ach, doch. Okay. Aber wir haben jetzt nichts. Keine Brücke und nichts. Okay. Dann muss das wahrscheinlich einfach nur zu mir hochgehen. Ach, wir gehen ins nächste Kapitel. Schaut da. Schaut da, meine Freunde. Aber wie gesagt, wenn ihr Ideen für Kapitel 11 habt, dann lasst es mich bitte wissen. Schreibt es in die Kommentare und sagt mir Bescheid. Ach so. Okay, geht rein. Ah, Level wählen. Aber das Schwere haben wir noch nicht durch. Wir machen erst mal das Normale, denke ich, und dann machen wir das in Schwer. Ja, okay. Sonst verzweifle ich schon sehr früh hier dran. Gruselschloss. Du hast Tokitori zum Gruselschloss gebracht. Durch Absolvieren aller Levels im Wasserfallwald schaltest du alle schweren Level in diesem Gebiet frei. Ach so. Okay. Das passiert immer, wenn du eine Welt abschließt. Ja. Schwere Level wählst du im Bildschirm Level wählen. Nimm die Herausforderungen an. Jetzt wird es Zeit für das Gruselschloss. Viel Glück. Vorsicht vor der Lava. Ach Gott, Lava. Aber der Mond sah cool aus. Oh Gott, Lava. Ach, hallo. Tokitori. Ach, die sind alle verschlossen. Was heißt das? Heißt das, wir können sie nicht nehmen? Wir haben eine Brücke und zwei Teleporter. Doch, wir können sie nehmen. Ach, das rote hier. Das ist die Lava. Nein. Wirst du dir wohl erst mal das Ei holen? Nein. Ach, wurde von der Lava zerstört denn. Ich verstehe. Wo soll ich denn da rüberkommen? Ähm. Hier jetzt eine Brücke. Ja, und da? Echt? Da kann er einfach drüber gehen? Okay. Mach da große Schritte. Hier, das wären zwei Plätzungen-Dinger gewesen. Alles klar. Auf ins nächste. Steine im Weg. Platziere sie hinter dir, indem du das Steinschalter-Symbol verwendest. Stell aber sicher, dass genug Platz hinter dir ist. Oh. Wird schon passen. Jawohl, wir sind breit. Ach, das hier. Ähm. Nein. So. Ah, okay. Eben mal in die Lava geschmissen. Alles klar. Obwohl, hier könnten wir es noch mal so als Übung. Nein, besser nicht. Weil. Da versperren wir es uns nämlich. Und wenn wir dort hochlaufen und dann runter, dann hängen wir dort fest. Obwohl, nee, da hätten wir dort. Dann nicht kommt. Weil jetzt geht es einfach hier hoch. Ah, und dort können wir es aber nicht verschieben. Also müssen wir diesen Weg nehmen. Weil. Nein. Nein. Weil. Hier ist jetzt hinter uns nicht genug Platz. Also doch so. Aha. So, und dann nehme ich hier hoch. Hier runter. Und dann da hoch. Da springt da sogar das kleine Stückchen. Seht ihr mal. Und wieder ein Level geschafft. Yay. So, das nächste. Wo sind wir? Ach, da oben. Alles klar. Also gleich mal etwas verrücken. Und wir haben zusätzlich noch zwei Brücken und zwei Teleporter. Alles klar. Da brauchen wir eine Brücke. Da brauchen wir bestimmt auch eine Brücke. Ah, geht nicht. Okay. Ach, von dort hoch teleportieren. Nein. Ach, dort oben. Nee, hätten wir aber nicht zurückgekommen. Obwohl wir auch eine Brücke ranbauen. Hätten wir aber auch zwei gebraucht. Wie ihr hier an diesem Muster im Hintergrund sehen könnt. Natürlich. Ich teleportiere mich direkt in die Lava rein. Ach, gehen wir erst mal hier hin. Und dort können wir nämlich eine Brücke bauen. Genau. So. Und das noch. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Also doch noch mal funktionieren. Ich war mir jetzt nicht so sicher. So. Und dann mal so. War hier. Ja, aber dann müssten wir, bräuchten wir hier nochmal eine. Und dann kommen wir hier hinten nicht mehr drüber. Also ich würde. Nein. Wir kommen nicht mehr hoch. Dann wahrscheinlich so. Weil wir brauchen die andere Brücke unbedingt. Ach so, seht ihr. Wir müssen das trotzdem nochmal machen. Weil wir haben das Ei nicht geholt. So. Und dann teleportieren wir uns einmal runter. Holen uns das Ei. Bauen eine Brücke. Und teleportieren uns dann dorthin. Gehen dorthin. Drehen uns um. Bauen eine Brücke. Holen uns das Ei. Gehen dort runter. Seht ihr? So. Alles klärchen. Ach so, ja. Genau. Alles klar. Wunderbar. Und die Zeit ist nun auch schon wieder gleich ran. Ich würde sagen, Kapitel 4 machen wir dann in der nächsten Folge. Und hier müssen wir uns dann auch noch den Joker wiederholen. Und hier gibt es auch noch das Schwere dann. Und den Bonus, den kriegen wir glaube ich erst, wenn wir hier das Schwere machen. Aber immerhin, das können wir jetzt auch noch spielen. Ich überlege noch, ob wir das dann in der nächsten Folge machen. Ob wir dann doch das... Obwohl, nee. Das Schwere würde ich dann doch mal an das andere anschließen. Also jetzt erstmal das Bruse-Schloss weitermachen. Die 12. Und dann den Schleimkanal, den Blasenpark, das Test-Laboratorium. Und danach machen wir dann die schweren Versionen davon immer. Jetzt kommen wir jetzt durcheinander, wenn ich jetzt auf einmal nächstes Mal hiervon die Schwere mache. Genau. So würde ich das mir jetzt so denken. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.